Ja, du bist jetzt schon breit. Alex auch. Ja, ist er da. Da ist er, da ist er. Du bist breit. Du bist breit, aber du bist da. Du bist aber da. Du bist aber da. Du bist immer noch. Aber du bist da. Ein Wuffi. Ah, ich bin da. Das ist wunderbar. Wunderbar. Ich mach mal keine Ansage, weil ich ja gar nicht weiß, wann wir unsere Aufnahme starten, weil wir fallen ja wahrscheinlich wieder in den Anfang des Levels. Haut. Ja, genau. Und den hatten wir ja letztes Mal schon. Alles lädt schon wieder. Hab ich das schon gesagt? Warte. Ja, aber wir wissen ja jetzt schon, was wir machen müssen. Aaaaah. Nein, du. Pinky, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich seh irgendwie gleich aus. Es gibt einfach nichts Schönes. Bleib mir vom Arsch. Ey. Man nimmt dann in Ruhe. Mit erst mal zum Auftakt. Alex eingeweiht. Hier wird erst mal gequält. Ja. Wie weh. Jetzt verwechseln wir uns gehalten. Hey. Hey. Hol mal noch den anderen Dingens. Ach ja, den Klotz müssen wir ja da rüberkletzen. Ah, liegen lassen. Okay. Ist ja gut. Ist ja gut. Da. Ja, das muss da drunter. Da. Da. Und ihr müsst den anderen als Hebel hier drunter setzen. Also warte. Ach so, damit wir dann das Ding nur umkippen können. Genau. Den jetzt nochmal dranschieben. Du Hund. Du Hund. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dass man sich hier alles gefallen lassen muss. Ja. Komische Geräusche. Fuchs hatten sie ja nicht einen wirklich guten. Der Hund war der Beste. Blöse. Ja komm, heb. Nicht reden, heben. Ne, nicht wieder drauflegen. Nicht wieder drauflegen. Ne. Wohin? Ach so. Das muss der Vorwahr. Das muss der Vorwahr nicht da drauf. Ja, ich weiß. Ja, der macht das doch nicht. Ja, hier weg. Nein, nein, nein. Oh nix. Keine Sache. Das muss der Vorwahr nicht. Der muss davor. Ja, das weiß ich doch. Aber du machst das doch auch nicht besser. Doch, ich mach's besser. Nein. Ah. So. Da muss er hin. Ah, okay. So, guck mal. Da muss er hin. Da muss ich jetzt nicht hin. Oh, warte. Die schleppen sich hier gegen die Gegend. So. Genau. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jawoll. So, schieb's mal drauf, Leute. Einmal drauf. Schieb den mal rein. So, jetzt. Es fällt. Ah, jäh, jäh, jäh. Ah. Eieiei. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Ach so, wir brauchen noch so einen, wir brauchen einen Hebel. Ja. Oh, schön Sumi. Ja, genau. Ja, genau. Sumi schreckt erstmal die Dote. Hoppla. Ey, lass mich los. So, wir brauchen noch alles, was. Ja, weiß eh, gut. Ist beinlos. Ich merke schon. Ich mach jetzt aber nicht. Oh mein Gott. Ich geh mal aus'n Weg, sonst wirst du hier erschrocken. Dein. Ja. Ja, nicht so weit, nicht so weit, sonst können wir ja nicht mehr hebeln. Na du? Na? Na? Drücken oder ziehen? Ziehen, jetzt ziehen, jetzt ziehen, jetzt. Jawoll. Das entziehen wir doch mal, ich glaub das reicht, oder? Doch, guck mal, Limbo. Die Schnauze ein... Ja, komm Subi, du bist doch egal. Äh, ich häng wieder an meiner Maske fest. So, jetzt machen wir hier wieder diese Käfig-Geschichte. Ach nein, diese Geschichte wieder. Da erinnere ich mich nicht mehr dran, was wir hier waren. Ach so, das weiß ich auch nicht mehr. Ach nee, wir mussten da oben rüber, ne, über die Mauer, oder? Wie war das? Ja. Ja. Wir mussten da hinten hin. Ach nein. Durchs Fenster. Müssen wir das jetzt echt alles wieder... Wir mussten diese Kiste... Ja, wir müssen das echt noch mal machen. Äh, dann kommt er rüber. Nee, das geht ja nicht. Wir müssen... Da hat ein C angeflogen. Ja, wir müssen... Der Käfig muss hoch, wo Summiga drinsteht. Ja, ich steh hier schon drauf. Ja, ich komm auch rüber. Aber ich bin noch zu leicht. Ja, ich komm rüber. Das liegt nur an meiner Maske, dass ich... Ja, klar. Ey, ey, ey. Ich fülle dich durch. Schüttel dein Haar für mich. Ähm... Seid ihr drin? Jetzt müsste einer die Kiste irgendwie da mal... Welche Kiste? Die da... Ach, da hinten die Kiste. Von dem Käfig aus. Da oben die Kiste. Ja, wo Summi... Wir haben doch den Käfig... Ich sehe keine Kiste. Ja, weil du falsch rumstehst. Ach so. Ja, 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 ja. Genau dort. Da hinten. Ach, da hinten? Ach, da. Ja. Äh. Komm, wir ziehen uns gemeinsam hoch. Komm schon. Komm schon, wir schaffen das. Ja. Musst denn Alex? Bei der Kiste natürlich. Ja. Bei der Kiste natürlich. Ja, ja. Jetzt muss das Ding wieder runter. Oh. Ich fahr wieder hoch. Ja. Ich bin zu leid. Ja, das Ding musst du ja wieder runter. Bin zu leid. Na nein, wir müssen ja nicht. Ich wollte es nur mal sagen. Was? Ja, ähm. Summi, geh mal runter da. Ich dachte, er wäre zu leid. Voll dir zu helfen. Äh. So, was machst du denn jetzt da unten mit der Kiste? Die soll ja gar nicht nach da unten. Die muss nach hier oben. Hä? Äh, die ist zu schwer. Ja, die müssen wir ja hier rein. Ach, die andere, ihr müsst in die andere Gondel reinsteigen. Ja, natürlich. Soll ich doch. Ich war ja die ganze Zeit da drin. Ja, was sollst du denn? Oh, nicht fallen. Ich geh mal besser aus dem Weg. Wo muss das Ding jetzt hin? Hier, wo ich stehe. Äh, wo stehst du? Ach, da. Uhu. Hier. Ah, zieht das Ding. Ich bin ja auf dem Kupf. Ah, nein. Ah. Ja, siehst du? Da ist das jetzt. Gib mal an. Gib mal an hier. Gib mal an hier. Ich glaub, das geht nicht. Ach, das geht. Das geht alles. Ich, ich häng hier nur ein bisschen rum. Ja, ja, sieh schon. So, wartet, wartet. Arme nach oben. Und da wird man dich loben. Ei, ei, ei. Hast du ihn? Nein. Nimm ihn dir auf. Nein, ich komm da nicht ran. Ich bin, ich stehe da nicht. Deine Kupf nur an die Wand. Was machst du da, Alex? Was mach ich denn? Du musst, der Sieg, der Sieg ist sonst noch zu früh. Warte mal. Du musst die Kiste hochheben, sonst komm ich da nicht dran. Ich hab dir kurze Arme. Nein, ach gut. Ah, Alex. Au. So? Nein. Nein. Warte, warte, warte. Alex, genau, helf mir mal. Du bist ein starker Mann. Rander. Jetzt aber hier, aber hier hin. Ah, genau, genau, genau. So, jetzt, warte. Ah. Krieg ich den? Noch ein Stückchen näher. Nein, warte. Nein, warte. Nein, warte, jetzt. So, jetzt. Oh, oh. Ich hab mich geopfert. Und tschüss. Jetzt müssen wir, warte. Jetzt muss Lexi annehmen. Ja. Ich will ja, aber. Ich muss die ja erstmal hochheben. Ich will ja, aber. Ich will ja, ich will ja, ich will ja. Ich will ja. Ich will ja, ich will ja. Hilfe, 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 Hilfe. Oh nein. Hilfe. Oh, warte, warte, ich komme. Oh, die Experten. Oh, ist die Kino, wenn du hier stehst? Geht mir ähnlich. Sumi, eigentlich müsstest du aufnehmen. Äh, 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 pff. So, äh. Äh. Äh, äh. Ähh. Äh. Äh. Äh, warte, warte, warte. Ich kann endlich da raus. Äh, warte. So, so, ähm, ist da jetzt noch oben jemanden? Oh Gott, ja. Lass mich mal so oben. Aua. Was? Okay, jetzt könnt ihr unten loslassen. Alex hatten. Ich seh nix. Ich hab gestoppt. Oh mein Gott. So, jetzt muss jetzt hier rüber. Was, da rüber? Ja, hier rüber. Ah, Alex! Warte. Was macht der Mann? Ich lass mal los. Ich lass mal los. Besser ist das. Das ist jetzt aber schlecht, weil jetzt kommst du nicht mehr dahin. Warte, Moment. Das muss ja... Pass ich da nicht durch, ne? Aufzupusten. Doch, wenn ich den... Aua, Hilfe! Ich pass es nicht. Oh mein Gott. Was? Nicht, ey. Sieh, du musst loslassen. Warum? Alex, geh mal in den Aufzug dahinten. Ne, warte. Ich muss erstmal hier hochkommen. Ja doch. Nein, du sollst in den Aufzug. Ja doch. Ich muss wohl da hoch. Nein, musst du nicht. Nein, jetzt hab ich sie. Ich hab sie, ich hab sie. Danke, Sumi. So, jetzt nochmal. Bäh. 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 Ach, jetzt werden wir mal die Namen eingezeigt. Wie das denn? Hä? Oh, um. Aua. Hier muss noch... Ah, okay, alles gut. So, und jetzt muss ich raus, ne? Ähm, wir... Ne, hier müssen noch mehr rein. Genau. Hä? Alle drüben in den Aufzug. Alle drüben in den Aufzug bei Sumi. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Wut, 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 wut. Äh. Oh Mann, ey. Hallo. Äh. Oh, gebt euch mal Mühe, so schwer bin ich nicht. Hahaha. Mit der Kiste wohl. Ja, ja, genau, genau. Jetzt kommt zu mir. Kommt zu mir. Warte. Ah, ah. Warte. Das ist schön, wenn man nicht sieht was aus. Ich hab's. Ja, okay. Oh. Hahaha. Okay, wir bleiben besser noch ein bisschen länger hier drin. Ja. Wenn Pinky sagt, ich hab's, dann geht meist was schief. Hahaha. 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 So, so was. Ja, ja, jetzt. Ah, nein. Hahaha. Das klingt schon sehr nett. Was hast du getan? Hahaha. Alles gut. Alles gut. Dann reichen da zwei Leute. Hahaha. Hahaha. Jetzt wackelt auch noch der Aufzug eh. Hahaha. So, jetzt. Gib ihn mir. Ja. Hahaha. Ich gib's dir. Hahaha. Ja, komm, gib's dir. Hahaha. Hahaha. Oh mein Gott, ey. Hahaha. Hahaha. Dann reichen zwei. So. Wir sind hier. Hahaha. Ihr könnt da rauskommen. Das ist euer Versteck. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Der Schmuttelfilm ist vorbei. Hahaha. Oh Mann, ey. Oh Gott, ey. Aufensichtlich noch nicht ganz. Ne. Äh. So. Ah. So. Jetzt kocht er mit dir. Äh. 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 So besoffen. Hahaha. Das ist gar nicht so einfach, um so eine Kiste drauf zu kommen. Das ist erstaunlich. Hahaha. 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 Ja, zieh mir doch mal. Hahaha. Aaaaah. Aaaaah. Danke. Hahaha. Hahaha. Na, Opfer müssen gebracht werden. Hahaha. Hahaha. Na, na toll. Hilfe. Na, Opfer müssen gebracht werden. Hahaha. Hahaha. Tänk dir eine Ruhe. Hahaha. Hahaha. Warum immer ich, ey. Warum immer ich? Hahaha. Hahaha. Wo hängst du denn jetzt? Hahaha. Hahaha. Nee, Kille. Achda, so gut. Hahaha. Hahaha. Alex, geh ruhig. Umi, komm mal rüber. Umi, komm mal rüber. Rümmi, komm mal rüber. Rümmi, komm mal rüber. Ne, reiß mich den Kopf ab. Rümmi, komm mal rüber. Ne, reiß dich den Kopf ab. Der ist nur eine Kruppe. Ne, das sieht ein bisschen komisch aus. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt. Ich sehe nur den Unterteil auf mich zukommen. Hey, Junge! Komm, pass doch! Pass doch! Du musst halt auch mal ab und zu ein bisschen Gewalt anwenden. Boah! Das hat er doch nicht gesagt! Das ist so ein Herzgesund. Ein bisschen Gewalt. Halt dich, lass dich mal durch! X-Flex! Nix durch! Ah! 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 Aua! Oh mein Gott! Ah! Hätte das auch schonmal geklärt! Ah! 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 Ach, dieser! Ah! 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 Ach nee! Die Kiste muss man holen, gell? Ah! 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 Ja genau! Hat dir gut geklappt! Äh! Summi! Ja? Äh! Besser gesagt! Ähm! 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 Ja! Komm nicht ganz aneinander! Ähm! Ich bin die Einzige! Ich bin auch die Einzige ohne Namen! Also von daher! Äh! Ja! Ja! Oh! Oder so! Ja! Kann das Ding auch runterhauen! Äh! Ihr braucht dann nur... Aber! Es müssten doch nur ein, zwei hier unten draufstehen! Dann kann einer da drüben rüberspringen! Kann mich mal jemand hier rüberspringen? Oh! Hier unten wo ich stehe! Hier müssen zwei Leute draufstehen! Und dann kann einer da hinten rüberspringen! Ja! Drück mich mal hoch, Alex! Ah! Schieb mich mal! Äh! Lexi? Nein! Was warst du für Sachen? Ich weiß auch nicht! Ich weiß nicht! Hab ich... 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 Ja! 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 Ich weiß! Äh... Ah doch! Guck mal! Du kannst dich am Boden festhalten! Entweder stellt sich jetzt hier noch einmal hin... Hört mal stehen! Und dann... Ah! Fuck! Woffen mit dir! Kommt du! Äh! Na! Ich wollte ja eigentlich... Äh! 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 Ich springe! Ihr könnt in den Tod! Ihr könnt in den Tod! Ihr könnt in den Tod! Patsch! 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 Uh! Nein! Ich will nicht! Äh! Gib mich hoch! Gib mich hoch! Warte! Äh! Au! Oh! Na! Hilfe! Komm schon! Komm schon runter! Nein! Ich wollte hoch nicht runter! Ähm! So kommen wir nicht mehr an euch dran! Ihr seid hier hinten zu tief! Jetzt. Lasst euch einfach feiern! Aua! 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 Als Conflexie! Ja. Puh! Das kann ich jetzt auch... ulleis nichts für! Ey! 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 Es war eine weiche Landung! Vielen Dank! Wasっと an ihr halt! Wo ist denn Alex? Out! Äh Alex... Ich war's. Aua! So, und jetzt? Äh, ja. Jetzt müssen wir das Gelder. Ich spring alle in den Tod. Ey, bleib von mir von! Nein! Ich will aber nicht! Ich will aber nicht! Ich will! Bleib einfach hier liegen, ey. Ich will mich in den Tod stürzen! Nein! Oh man! Nein! 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 Au! Wir sind zu klein dafür. Ach du! Boah! Hinterrad rasiert! Au! Nee, ich hab das anders gemacht. Ist da eben schon jemand gegen... Alex, bist du dagegen gesprungen eben gegen das Ding? Ah, jetzt hat er es. Und was sollten wir jetzt mal mit nochmal? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen einfach nur auf die andere Seite... Nee, oder? Er ist auf die andere Seite. Ja, irgendwie... Geh mal dahinten einfach... Äh... Ich glaub, jetzt könnt ihr drüben an das Gewicht ran, oder? Ähm... Hä? Dahinten hat ein Gewicht mit dran! Ja... Aber... Ja... Was nutzt du uns dafür? Also aber nicht... Ja... Ich weiß nicht, was das soll. Ja... Komm jetzt eh nicht mehr rüber. Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich komm da, glaub ich, eh nicht mehr rüber. Ich... Oder doch. Anlauf! Huiii! Oh! Okay, dann nicht. Oh! Latsch! Aua! Na toll! Beim ersten Mal tut's noch weh! Au! Ha! Danach nicht mehr. Na ja, ich weiß nicht. Das ist ein Wursch! Es tut immer weh! Ha! Huah! Nein! Ah! Aua an! Putsch! Ha! Haben die alle runtergeflogen! Ähm... Ähm... Aaahh! Musste man dahinten nicht... Ähm... Platsch! ich war nicht gerade vielleicht hätte ich dahinten nicht loslassen sollen das vielleicht wäre ich darüber gekommen da müssen wir den level neu starten also nicht sondern ja da ist ja nur der kontrollpunkt wer ist denn da vorbeigefallen ich will dir nur was zeigen ja ja ich kenne das das macht ihr da sie will mir was zeigen da musste dich irgendwie runter aber du musst dich festhalten das gleiche leute die stange hängt ja wieder das bringt ja nichts verdammt sie hätte vielleicht drauf bleiben müssen ja aber es ging ja nicht weiter ich hing ja daran ja 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 dran hängen bleiben quasi und das dass wir dann da drauf steigen können und dann hoch ich stürze mich in den tod und dann